Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video möchte ich gerne mit euch über Hochzeitsanzüge reden. Los geht's! So, Freunde, wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein bisschen, ich sag mal, ein ernsteres Thema, was nicht so den Alltag betrifft, aber, denke ich, einen wichtigen Moment in eurem Leben. Wenn ihr euch dafür entscheidet, zu heiraten, möchte ich gerne mit euch über das Thema Hochzeitsanzüge reden, welche Erfahrungen ich gemacht habe und was ich zum Beispiel bei der Hochzeit anhabe. Wir können auch so ein paar Dinge durchgehen, was ich empfehlen würde. Wie gesagt, ich werde nicht alle möglichen Varianten durchgehen, sondern einfach nur meine Erfahrungen an euch weitergeben. Und ich denke, damit sind wir schon ganz gut aufgehoben. So, fangen wir an mit dem Thema Hochzeitsanzugsfarben. Wenn es um Thema Farben geht, würde ich jedem empfehlen, der einen normalen Anzug anziehen möchte, einen dunkelblauen Anzug anzuziehen. Ich plant so circa, also mindestens vier bis sechs Wochen vorher ein, dass ihr die Sachen auf jeden Fall zusammen habt. Und ihr müsst natürlich auch auf euer Gewicht achten, denn wenn ihr einen Anzug holt, ich würde auf gar keinen Fall einfach einen von der Stange holen, sondern schon bei eurem Schneider abändern lassen, sodass er wirklich optimal sitzt, dass ihr dann nicht zu viel zu oder zu viel abnehmt, weil er dann wirklich nicht mehr gut sitzt und ihr dann dementsprechend nicht optimal aussieht auf eurer Hochzeit. Wie gesagt, anpassen ist für mich das A und O und ich zeige euch jetzt mal meinen standesamtlichen Hochzeitsanzug. So, ich habe hier mal meinen Hochzeitsanzug und zwar von meiner standesamtlichen Hochzeit. Beispielsweise am Start ist ein dunkelblauer Anzug, bisschen schicker, auch von den Materialien und von dem Schnitt. Hat ein relativ, ich lege die Hose einmal dahinter, ein breites Revers, ein schönes breites Revers. Der wirkt sehr, sehr hochwertig und ich habe mich bewusst für zwei Varianten entschieden, weil ich nicht an beiden Tagen gleich aussehen wollte. Standesamt haben wir im kleinen Familienkreis gefeiert, da habe ich das Ganze eher einfach gehalten. In dem Fall, wie gesagt, blau. Man sagt sogar rein theoretisch, es gibt ja so Regeln oder ich sage mal Bräuche, man soll was Blaues tragen. Und bei der Frau ist es ja auch so, die trägt ja dieses blaue Strumpfband oder wie ist es nochmal, ja auf jeden Fall dieses Band hier um den Oberschenkel zum Beispiel, sagt man ja, sie soll was Blaues tragen und der Mann kann auch was Blaues tragen. Ich würde euch allerdings empfehlen, sprecht euch mit eurer Frau ab, was für Farben ihr tragt. Also wie gesagt, es ist keine feste Regel, ihr müsst nicht blau tragen, aber ihr solltet sich schon irgendwo mit der Frau absprechen. Wenn ihr jetzt einen relativ simplen Anzug anhabt, könnt ihr immer noch Highlights. Entweder ihr habt in der Brusttasche was drin oder ihr macht hier oben ans Revers, kleinen Anstecker dran etc. Je nachdem, ein bisschen Highlights setzen, die nochmal andere Farbpartien mit in den Anzug reinbringen und das Ganze nochmal abstimmen auf eure Frau. Die Hose, in dem Fall habe ich hier eine umgekrempelte Variante gewählt, weil das Ganze einfach ein bisschen schicker wirken sollte. Ich bin da schon der Fan von, an solchen Momenten dann wirklich Schickes zu tragen und dementsprechend, das war mein Standesamt Handzug. Wie gesagt, ich kann euch empfehlen, auf jeden Fall, einen dunkelblauen Anzug macht hier nichts mit verkehrt. Kombiniert zu meiner standesamtlichen Hochzeit habe ich relativ simple schwarze Schnürschuhe, wirklich nichts weltbewegendes, keine extravaganten, sondern einfach simpel gehaltene schwarze Schnürschuhe. Dazu schwarze Socken und ich glaube, ich hatte so eine dunkelblaue Krawatte an, also Ton in Ton. Man kann auch eine schwarze anziehen, allerdings bin ich zum Beispiel kein Fan davon, wenn man dann irgendwie auf eine rote Fliege setzt oder so etc. Aber wie gesagt, no front an diejenigen, die das machen möchten. Geschmack, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber ich würde eher diese klassische Variante bevorzugen. Mit einer Krawatte zu einem standesamtlichen Hochzeiten macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Ja, das war auf jeden Fall meine standesamtliche Geschichte. Ich habe auch ein relativ simples Hemd dazu getragen, nichts weltbewegendes, keins mit Manchettenknopfen etc. Zu dem Thema kommen wir gleich noch bei meiner kirchlichen Hochzeit, die das Ganze dann auch mehr um das Feiern ging. Wie gesagt, standesamtlich war ich bei uns nur im kleinen Kreis und da, denke ich mal, hat man damit auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. Das Ganze ist jetzt schon ein Jahr her und war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung für mich. Eigentlich meine beste Entscheidung, eine meiner besten Entscheidungen meines Lebens und ich bin da sehr froh drüber. Wie gesagt, Thema Hochzeit ist ein heikles Thema, aber wenn ihr euch dafür entscheidet, glaubt es mir. Ihr werdet es, wenn ihr die richtige Partnerin findet, auf jeden Fall nicht mehr bereuen. Und ja, bei unserer kirchlichen Hochzeit war das Ganze ein bisschen anders. Wir haben das Ganze ein bisschen größer aufgezogen. Da haben wir mit Freunden und Familie zusammen gefeiert und wir hatten so circa 100 Gäste. Das ist natürlich auch nicht weltbewegend viel, aber wenn man einen Vergleich dazu sieht, wie zu einer türkischen Hochzeit oder etc., wo dann auch mal gerne 800.000 oder sogar noch mehr Leute kommen, ist das natürlich alles noch ein kleiner Rahmen, aber trotzdem war das für uns schon eine große Feier. Die ganze Organisation etc. Und da haben wir beide uns entschieden, wohingegen wir zur standesamtlichen Geschichte relativ simpel angezogen waren, bei der kirchlichen Hochzeit ein bisschen, ich sag mal, was Schöneres zu tragen. Und ich habe mir dafür einen Smoking anfertigen lassen. Das ist eine Variante, die ihr auf jeden Fall zu eurer kirchlichen Hochzeit tragen könnt. Ihr könnt natürlich auch die Variante wählen oder wenn ihr das Ganze an einem Tag habt, sowas zu tragen, vollkommen fein. Ihr seid auf jeden Fall gut gekleidet. Wie im Vorfeld gesagt, macht ihr nichts verkehrt mit. Aber wenn ihr das Ganze ein bisschen aufziehen wollt, wir haben es zum Beispiel so gemacht und meine Frau hat ein sehr, sehr schönes Brautkleid an und ich habe mich dafür entschieden, halt eben mit einem schwarzen Samtsakko, einer schwarzen Hose etc. Das Sakko hier zum Beispiel habe ich auch extra anfertigen lassen. Dafür war ich extra bei einem Herenausstatter und hat das Ganze nach meinem Wunsch herstellen lassen. Wie gesagt, ich habe alles selber entschieden und wir haben das Ganze an mich anpassen lassen. Ich bin sogar gerade der Fels in festen Überzeugung, dass er mir gerade wahrscheinlich eher weniger passt, weil ich wahrscheinlich ein, zwei Kilo mehr drauf habe als letztes Jahr. Aber wie gesagt, das ist so eine Geschichte. Für den Zeitpunkt musste es wirklich optimal sitzen und dafür habe ich mich dafür entschieden, das Ganze abschneidern zu lassen. Und ja, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. War ein sehr, sehr schöner Moment, sehr schöne Fotos im Nachhinein. Wie gesagt, das sind Erinnerungen, die bleiben. Dafür sollte ich wirklich meiner Meinung nach gut kleiden und das soll gut sitzen. und gut aussehen, denn das sind einfache Erinnerungen, die ihr euch noch ein ganzes Leben lang anschauen könnt. Dementsprechend, wie gesagt, wir haben uns, bzw. ich habe mich dafür entschieden, ein Smoking zu tragen. So Leute, wenn ihr euch dazu entscheidet, ein Smoking zu tragen, dazu habe ich zum Beispiel kombiniert, sogenannte Hosenträger. In dem Fall sehr, sehr schicke Hosenträger. Die waren dazu, wenn ihr euch jetzt wundert, wofür die Dinger hier sind, die sind im Prinzip dazu da, dass die innen in eure Hose festgemacht werden und dann quasi kein Gürtel. Denn man trägt ja bei einem Smoking auch kein Gürtel und auch im Nachhinein, wenn man das Ganze auszieht, das hat mir sehr, sehr gut gefallen optisch, wirkte sehr hochwertig. Kombiniert habe ich das Ganze mit dem sogenannten Kummerbund. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie das Ganze hier heißt, das ist der Kummerbund, den trägt man um die Hüfte herum. Lässt das Ganze nochmal so ein bisschen sauber abschließen, wie ihr seht, jetzt zum Beispiel jetzt hier. Erstmal wird dadurch nochmal vielleicht die eine oder andere Speckrolle verdeckt. War sehr, sehr angenehm zu tragen und ich sage mal, das wirkt auch sehr hochwertig. Kummerbund kriegt ihr auch bei jedem Herrenanstalter etc. Und dann habt ihr die Frage noch, was trägt man zu dem Smoking? Meiner Meinung nach immer eine Fliege. Ich habe mir dazu extra eine gebundene Fliege gekauft. Ihr könnt allerdings auch fertig gebundene Fliegen kaufen. Das würde ich dazu auch empfehlen. Und ich würde nicht dazu empfehlen, wie gesagt, zu bunt zu gehen. Das ist meine persönliche Entscheidung, meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ihr könnt es machen, was ihr möchtet. Aber weniger wirklich ist in dem Fall wieder mehr. Und wie gesagt, ich hatte das Ganze mit einer schwarzen Fliege relativ simpel gehalten. Schwarzes Samtsakko und schwarze Hose. Ihr müsst aber allerdings auch keinen Samtsakko nehmen. Dafür habe ich diese Varianten nochmal rausgesucht. Es gibt das Ganze auch noch in glatt oder sogar in weiß. Wenn ihr euch jetzt für einen weißen Smoking entscheidet oder einen weißen Anzug, so cremeweiß, könnt ihr natürlich auch machen. Bin ich jetzt nicht der Fan von, aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Und es gibt auch Leuten, denen das super, ich habe schon mehrere Fotos im Internet gesehen, denen das super steht. Wie gesagt, ich habe mich da drin leider nicht gesehen. Aber wenn ihr euch dafür entscheidet, geht wirklich sicher, dass das Ganze zu der Farbe von dem Brautkleid eurer Frau passt. Die Frau hat immer so ein genanntes Stoffmuster. Das müsst ihr mit eurem Sakko auf jeden Fall abgleichen, dass ihr da nicht Farben habt, die sich miteinander beißen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr zwei Farbtöne, Weißtöne nebeneinander habt, die überhaupt nicht zueinander passen. Wirklich ganz, ganz schlimm. Auch da würde ich wieder nicht auf eine weiße Fliege setzen. Ich möchte jetzt keine Regeln festlegen, aber ich finde es persönlich nicht schön und ich würde dazu empfehlen, eine schwarze Fliege zu tragen. Als Hose wirklich immer eine relativ simple, ich hänge es mal kurz hier zu, Smokinghose. Das Besondere an einem Smoking, wie ihr jetzt zum Beispiel seht, es gibt keine, also es gibt schon, aber man trägt dazu kein Gürtel. Wie gesagt, dafür sind beim Hosenträger die sogenannten Knöpfe hier eingenäht worden von meinem Schneider, dass das Ganze daran befestigt werden kann. Das kriegt ihr, wie gesagt, easy von eurem Schneider erledigt. So, dazu kann ich euch empfehlen, kombiniert auf jeden Fall ein Smokinghemd. Ein Smokinghemd ist ein bisschen anders aufgebaut, es gibt dafür verschiedenste Varianten auch. In dem Fall habe ich jetzt hier eine relativ, ich sag mal, schlichte Variante von Eaton. Ich verlinke euch gerne auch mal alle weiteren, mal so als Beispiel ein, zwei Smokinghemden in die Infobox. Und beim Smokinghemd habt ihr immer, braucht ihr einen Manschettenknöpfe. Also wie gesagt, das ist wieder ein bisschen aufwendiger, aber das Ganze wirkt noch viel, viel edler als schon ein sehr schöner Anzug, weil ihr habt schöne Manschettenknöpfe, die könnt ihr euch zum Beispiel auch von eurem Daddy oder ich sag mal, eurem Trauzeugen schenken lassen oder leihen etc. Schöne Manschettenknöpfe, macht nochmal ordentlich was her. Und so habe ich das Ganze halt getragen. Ein Smoking, dazu ein Smokinghemd mit einer schlichten, schwarzen Hose und schwarzer Fliege kombiniert mit hier mit so Smoking Slipper. Ist schon ein bisschen was eigenes, die habe ich allerdings abgepasst zu meinem Sakko. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, ihr könnt aber auch Lackschuhe anziehen, also schwarze Lackschuhe. Wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht schwarz heiraten, dann habe ich auch noch eine Variante, einen dunkelblauen Smoking anziehen. In dem Fall habe ich jetzt hier eine Variante von Gant, ein sehr, sehr schöner Smoking, hat einen runden Schalkragen, kein spitzes Revers, also kein spitzen Smoking Revers. Und es ist ein sehr, sehr schöner Anzug, den hätte man auch sehr gut zur Hochzeit anziehen können. In dem Fall hatte ich den damals noch nicht. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief hineingehen in das ganze Thema, aber mit Smoking erkennt ihr daran immer, er hat nur einen Knopf. Wie gesagt, ich habe euch das Ganze jetzt mal so ein bisschen grob erklärt. Zu einer standesamtlichen Hochzeit würde ich jedem empfehlen, simpel, mit einem schönen, klassischen, meiner Meinung nach dunkelblauen Anzug, macht ihr nichts verkehrt. Allerdings schon ein bisschen hochwertiger, keinen von der Stange, auf jeden Fall zum Schneider gehen. Kombiniert das einfach mit simplen schwarzen Schnürschuhen etc. Wenn ihr ein paar Tage, wie ich, später die Feier habt, macht euch ruhig mal schick, so ein genannter Smoking, macht ihr nichts mit verkehrt. Ihr seid auf jeden Fall das Paar an dem Abend bzw. an dem Tag, das im Fokus sein sollte. Und man kann sich da auf jeden Fall mal ein bisschen mehr rausputzen. Und wie gesagt, das kann ich jedem nur empfehlen. Ob das natürlich was für euch ist, müsst ihr selber entscheiden. Und farbtechnisch natürlich auch, das sind nur meine Empfehlungen gewesen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf eurer Hochzeit. Es gibt keine Regeln, die festgesetzt sind. Natürlich ist es eure Hochzeit, ihr könnt das selber entscheiden, wie ihr das möchtet. Allerdings, das sind nur Ideen oder Tipps, wie ihr das Ganze machen könntet und wo ihr auf jeden Fall safe seid. Das war es an der Stelle auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace out, ciao und viel Spaß auf eurer Hochzeit.